Und damit hallo und herzlich willkommen zum letzten Drachenreiten im Azublauen Gebirge und zwar den Wachtturnaufstieg. Auch den natürlich wieder in, episch wollte ich jetzt sagen, nein, in fortgeschritten. Dann können wir uns so langsam das nächste Gebiet vorwagen. Den nehmen wir mal mit, vielleicht bringt es ja was, ich hoffe doch. Nicht, dass wir zu ausschweifend waren, gibt es auch wieder eine World Quest, die Kugeln nicht erwischen. Der vorbei. Die haben wir mitgenommen, Mist. Gab es letztens noch in der World Quest, aber halt auch nicht auf schwer bzw. fortgeschritten, sondern nur auf normal. Ich glaube, wir haben jetzt schon viel Zeit verbraten. Aha, aha, aha. Das ist maximal für... Es hat für Gold gereicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Äh, damit bedanke ich mich recht herzlich auch wieder fürs Zusehen. Äh, ging jetzt verdammt schnell. Wir geben die Quest ab und gucken, was uns dann in Taladrasus erwartet. Da geht das Ding wieder mal nicht weg. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.